Dreistufige Drohung Du willst jetzt gehen? Das sag ich dem Mond. Da hat sich der Mond im großen Wagen verladen. Der fühlt mit mir. Weißzahnig rollt er hinter dir her. Die Klinke drückst du. Das sag ich dem Wind. Er schminkt dich mit Ruß und Regen. Peitscht dich mit Hagelkörnern. Glas Murmel groß. Du musst jetzt fort? Gut. Ich sag es keinem. Ich werde ohne Tränen und ohne Träume schlafen. Nichts hindert dich. Drei-stufige Drohung Es handelt sich wohl um eine Steigerung von weniger schlimm, etwa Nimm dich in Acht bis heftig. Du willst jetzt gehen? Es geht hier offenbar um mehr als um einen einfachen Abschied. Eine endgültige Trennung steht im Raum. Das sag ich dem Mond. Für den Sprecher gibt es wohl keinen Menschen, dem zu sagen, es Sinn hat. Da hat sich der Mond im großen Wagen verladen. Der fühlt mit mir. Weißzahnig rollt er hinter dir her. Das ist natürlich Hirngespinst. Warum damit drohen? Die Klinke drückst du. Offenbar hat die Drohung tatsächlich keine Wirkung. Der andere macht ernst. Das sag ich dem Wind. Wie in der ersten Strophe Kein Mensch ist da, der dem Sprecher helfen könnte. Er schminkt dich mit Ruß und Regen. Das kann bei sehr schlechtem Wetter sein, aber der Sprecher dieser Drohung hat natürlich keinen Einfluß darauf. Peitsch dich mit Hagelkörnern, glasmurmelgroß. Das wäre zwar sehr unangenehm für den Anderen, insofern eine Steigerung gegenüber der ersten Drohung, aber trotzdem Hirngespinst. Das kann also auch keinem Angst machen. Warum damit drohen? Du musst jetzt fort? Alles Reden darüber hat jetzt wohl ein Ende. Gut, ich sag es keinem. Und das soll eine Drohung sein? Ich werde ohne Tränen und ohne Träume schlafen. Also mit Gefühllosigkeit, Gleichgültigkeit reagieren. Nichts hindert dich. Auf gut Deutsch, dann geh doch. Wenn man das einem eigentlich geliebten Menschen sagt, droht man damit, dass er einem nichts mehr bedeutet. Und das ist offenbar die einzige realisierbare Drohung, insofern eine Steigerung gegenüber den beiden Hirngespinsten in den ersten beiden Strophen. Aber ohne Tränen und ohne Träume schlafen, heißt wohl auch, dass einem von jetzt an nichts mehr etwas bedeutet. Diese dreistufige Drohung ist also nichts anderes als Ausdruck von Machtlosigkeit auf der einen Seite und Selbstaufgabe auf der anderen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!